Der Heinz-Herbert-Karri-Preis ist eine Auszeichnung der in Frankfurt am Main ansässigen Heinz-Herbert-Karri-Stiftung. Der im Jahr 1982 initiierte Preis wurde zum Andenken an den im Mai 1981 ermordeten hessischen Staatsminister und FDP-Vorsitzenden Heinz-Herbert-Karri gestiftet. Der Preis soll Persönlichkeiten verliehen werden, die sich durch Wortschrift oder Handeln für den freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat eingesetzt haben. Er ist mit 5000 Euro dotiert und wird in zweijährigem Tunus vergeben. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Kaisersaal des Frankfurter Rathauses werden eine Urkunde und eine goldene Medaille mit dem Konterfei des Politikers an die Preisträger überreicht. Preisträger 1983 Theodor Eschenburg 1985 Wolfgraf Baudissen 1987 Ernst Bender 1989 Otto Esser 1991 Liselotte Funke 1993 Ignaz Bubis 1995 Hermann Rappe 1997 Manfred Rommel 1999 Johann Philipp von Bettmann 2001 Richard Schröder 2003 Jutta Limbach 2005 Joachim Gauck 2007 Paul Kirchhof 2009 Ludwig Georg Braun 2014 Klaus von Donany 2015 2020 2017 2020 2018 2020 2019 2012 privilege 2020 2020 Vielen Dank.